Allein 18 Warnungen an Gläubige von Thessalonicher bis Timotheus, das Heil nicht zu verlieren. In der Bibel finden wir 80 Warnungen, dass der Mensch den Weg der Nachfolge Jesu abbrechen kann. Das widerspricht der Lehre von einmal gerettet, immer gerettet, einer einfachen Lebensübergabe, die nicht nach Apostelgeschichte 2,38 erfolgt, und einem theoretischen Glauben, dem keine Werke folgen. Die Bibel warnt uns davor, dass wir wieder abfallen können, wenn wir nicht an Jesus bleiben wie die Rebe am Weinstock. Viele Gläubige machen den Fehler, dass sie sich nicht mit dem Wort vergleichen, sondern durch den Vergleich mit anderen Gläubigen beruhigen. Acht Menschen haben die Sintflut überlebt, drei Menschen wurden aus Sodom gerettet und nur zwei Erwachsene, die aus Ägypten ausgezogen sind, sind in Kanan angekommen. Jesus spricht von einem schmalen Weg und davon, dass wenige ihn finden. Deshalb sollten wir Gottes Wort ernst nehmen. 1. Thessalonicher 3, Vers 5 1. Thessalonicher 3, Vers 8 Denn jetzt leben wir wieder auf, wenn ihr fest steht im Herrn. 1. Thessalonicher 4, Vers 7-8 Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt. 2. Thessalonicher 1, Vers 8-12 Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Denn er kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in allen denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig erachte, der Berufung und dass er alles Wohlgefallen an der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft vollende, damit der Name unseres Herrn Jesu Christi in euch verherrlicht werde und ihr in ihm, gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. 1. Thessalonicher 1, Vers 6 Davon sind einige abgeirrt und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. 1. Timotheus 1, Vers 18-19 Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weisungen über dich, damit du durch sie den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, das einige von sich gestoßen und so im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben. 1. Timotheus 2, Vers 15 Sie, die Frau, soll aber davor bewahrt werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. 1. Timotheus 4, Vers 1-2 1. Timotheus 5, Vers 6 Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. 1. Timotheus 5, Vers 6 Eine genusssüchtige Witwe jedoch ist lebendig tot. 1. Timotheus 5, Vers 8 Wenn aber jemand für die Seinen, besonders für seine Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. 1. Timotheus 5, Vers 15 Denn schon haben sich einige abgewandt dem Satan nach. 1. Timotheus 6, Vers 10-12 Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Strebe aber nach Gerechtigkeit Gottesfurcht, Glaube, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. 1. Timotheus 6, Vers 20-21 Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du die unheiligen, leeren Reden und Einwände der fälschlich sogenannten Erkenntnis meidest, zu der sich einige bekennen und von dem Glauben abgeirrt sind. 2. Timotheus 2, Vers 11-12 Glaubwürdig ist das Wort. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. 2. Timotheus 2, Vers 26 Und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen. 2. Timotheus 3, Vers 11-13 Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Böse Menschen und Betrüger aber werden zu Schlimmeren fortfahren, indem sie verführen und verführt werden. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. 2. Timotheus 4, Vers 2-4 Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe Weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt, und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. 2. Timotheus 5, Vers 2